Ich habe in Deutschland gesagt, du bist wirklich ein Monster auf der Bühne und du bist für professionelle Posing-Routines. Du bist sehr kreativ. Ist das deine eigene Idee, wenn du die Choreografie machst, oder hast du einen Trainer, einen Trainer, der mit dir trainiert? Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich mich als Präteen zu einem jungen Mann zu einem jungen Mann in der Sport of Bodybuilding, durch die Augen der Verdevelopungen aus dem Bodybuilder zu erinnern. Ich habe eine Chance zu sehen, vieler sehr, 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 sehr. Frau Beleidigung, ein paar Sachen, ich bin auf der Stelle, die ich auf dem behalten, als ein Performer, Ich arbeite mit der Kraft zu sein, dass ich ein bodybuilding-athletter bin. Ich versuche wirklich meine Hand zu machen, zu tun, was ich habe. Ich bin froh, dass andere vor mir zu sehen. Die Artistik ist durch mich geschehen. Menschen sind oft überrascht, dass du großartig bist. Du bist ein Bist. Aber du bist sehr elegant auf der Stelle. Es gibt einen schönen Kontrast zwischen deinem Größen und deinem Bewegungen. Kommt ihr aus anderen Sporten oder hat es immer ein Bodybuilding? Als junger Mann, als Präteen, ich freue mich auf einen Bodybuilder zu sein. Ich wollte einen Professionell Bodybuilder werden. Ich war sehr froh, dass ich das in der Lage bin. Ich wurde ein Professionell Bodybuilder. Ich bin ein Professionell Bodybuilder. Ich bin ein Professionell Bodybuilder, heute. Ich liebe Bodybuilding. Ich denke, es ist meine Aufgabe, wie alle anderen Leute, die arbeiten in meinem Kapazität, zu zeigen, was es wieder schön ist. Ich bin ein Professionell Bodybuilder. Ich bin ein Professionell Bodybuilder. Ich bin sehr froh, dass ich das machen kann. Ich bin sehr froh, dass ich das machen kann. Ich bin dankbar für das Kompliment. Das ist wirklich ehrlich. Die letzte Frage. Was ist dein Ziel dieses Jahr? Ich denke, es wäre der Mr. Olympia. Ja, wir sind bereit für die Olympia 2014. Es wird auf uns später als später. in September. Ich bin sehr froh, ich freue mich zu machen. Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, zu haben eine sehr Powerful Supplemente vor mir, die ist Muscle Meds. Ich habe einen sehr guten Coach und George Farah. Einige fantastische Dinge haben mir vor allem meine Sponsoren mit AMI und LEADER und ich bin sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit und die Position, in der ich gerade bin. Eine letzte Frage aus Deutschland. Du hast viele Mal in Deutschland gehört. Was denkst du über die Fans? Ist es eine Unterschiede mit den USA-Fans oder den weltweit? Du wirst, es ist sehr lustig. Ich glaube, everywhere you go the people that come out and support the sport have their own unique appeal and they have their own unique reasons for why, you know, they will come out and support. The German fans of this sport haben proven themselves be nothing less than amazing and I find myself in awe just at... and just the fact of having an opportunity like this to zu sprechen, zu sprechen, zu sprechen und zu treffen, ist einfach überwältigend und manchmal surreal. Du bist ein echtes Champ. Danke für diese schöne Interview. Alles Gute für dich und deine Targets. Und das war Kai Greene. Danke. Danke. Danke für die Arbeit. Danke.